Herzlich Willkommen bei Zbinden AG Bauelemente in Wimmis. Das Unternehmen befindet sich in der Gewerbezone Bahnhof Nord. Zbinden AG bietet mit ihrem Team kompetente Beratung und garantiert eine sorgfältige Lieferung und Montage. Unser umfangreiches Sortiment umfasst folgende Fertigprodukte. Türen. Innentüren von gewöhnlichen bis exklusiven Ausführungen. Einfache Keller-Außentüren in Holz, Metall, Alupan und so weiter. Hauseingangstüren in zahllosen Variationsmöglichkeiten für jeden Wunsch- und Haustyp für die ganz persönliche Visitenkarte Ihres Hauses. Zargen. Stahlzargen in allen möglichen Profilen. Holzzargen, Futter und Verkleidung in verschiedenen Holzarten. Edelfuniert, Kunstharzbeschichtet oder grundiert zum Streichen sowie Stahl- und Holzrahmen. Fenster. Internorm-Kunststofffenster sind langlebig und dauerhaft dicht. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, Internorm-Fenster bleiben über Jahrzehnte formstabil und sind unempfindlich gegen Nässe, Frost und Sonneneinstrahlung. Wir bieten Kunststoffmetall- sowie Holzmetallfenster in jeder Ausführung an oder verwirklichen Ihren individuellen Wunsch. Tore. Das Garagentor ist ein Gestaltungselement in der Architektur. Bei uns finden Sie eine Oberflächenvielfalt von über 40 attraktiven Torbelegen sowie Kipptore, Seiten- und Deckensektionaltore in allen Norm- und Sondergrößen nach Maß. Ausstellung. Kommen Sie vorbei. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Wir beraten Sie gerne. Ausstellung.